Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Simon Tirottes Vertrag läuft ja am Ende der aktuellen Saison aus und es gibt natürlich immer wieder Gerüchte darum, wann sich dieser möglicherweise automatisch verlängern wird. Denn bereits vor knapp einer Woche deutet der Tirotte selber eine solche Klausel an. Es wurde schon kommuniziert, dass es eine vertragliche Option gibt. Ich hoffe und bin mir noch sicher, dass ich hier weiter spielen werde. Wenn der Trainer mich weiter aufstellt, sieht es gut aus. Hat der Tirotte auf der Pressekonferenz letzte Woche gesagt und danach sieht es nun noch aus. Währenddessen ja bislang nur klar war, dass eine solche Klausel existiert, ist nun laut Sportbaser auf jeden Fall auch klar, wann diese gezogen wird. Denn die Klausel besagt, dass sich der Vertrag bei 24 Ligaeinsätzen automatisch um ein weiteres Jahr verlängert und das egal in welcher Liga. Das bedeutet, läuft Tirotte noch dreimal für uns auf, ist die Hürde geschafft, dann verlängert sich sein Vertrag automatisch. Im Optimalfall ist das am 1. April der Fall, wenn die Knappen in Dresden zu Gast sind. Sprich, wenn er eben jetzt gegen Ingolstadt spielt, gegen Hannover und dann gegen Dresden, verlängert sich sein Vertrag automatisch. Generell ist natürlich auch klar, dass man so oder so mit ihm verlängern möchte. 19 Tore in 1 in der Liga spielen ist natürlich ein klarer Aspekt. Auch Liga unabhängig, dass man natürlich ihn braucht und mit ihm weitermachen möchte. Deswegen wird sich den Vertrag sicherlich eh verlängern und jetzt eben womöglich auch schon in ein paar Wochen per Klausel. Eure Meinung dazu, gern mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Eure Meinung dazu, gern mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.